hey ihr kill lustigen außenseiter und herzlich willkommen zu einer neuen folge vigor ja zur zeit haben wir ja wirklich ein großes problem bei vigor bzw wir ich weiß nicht wie es bei euch ist schreibt doch gerne mal in den kommentaren auf welcher plattform ihr spielt und ob ihr auch so große probleme habt dass ihr gar nicht erst in die lobby rein sollen könnt oder halt auch freunde einladen das ist ein ganz großes problem zur zeit dass man überhaupt die freunde gar nicht erst einladen kann uns würde interessieren wie es bei euch ist wie gesagt schreibt in den kommentaren und jetzt wünsche ich euch viel spaß danke freunde da muss da auch sein ach man ich brauche doch den kapitel verdienen kann sie nicht so gut machen ja okay ich kann es was dauern wo ist er denn ich sehe ihn nicht hier wo ich bin geh einfach zu mir hier also kann ja wirklich nutzen gehen braucht dann noch glas so die sind weg die adr leute im im ist unbedingt mal die adr spielen möglich die verzieht in dem sinne kaum wenn du relativ dicht dran stehst dann gibt es jede menge video schnipsel jawohl was wieso ja weil wir so viele videos geschnitten haben mensch mit schere haben wir umgeschnipselt ja komm wir gehen mal zum tenner was wir eigentlich vorhatten ja warte ich muss noch mein kasper da loten ja voller garage da waren relativ viele teams da waren noch vier du es müssten jetzt noch sein fünf andere du es waren es noch ja so mir naja aber tut man ja alle wenn man naja aber hier ist das haus hier ist auch offen die waren doch nicht schon hier oder die sind doch von hinten gekommen oder die sind quer übergelaufen deswegen habe ich sie ja gesehen aber hier haus ist ja auch schon gelutet ich sehe keinen ja komm wir rennen mal zur antenne dass wir erstmal wissen wo wir uns positionieren hinbegeben müssen ja funktionieren das klingt nach einem plan ja lass uns planen die weltherrschaft an und zu reißen ja genau ok bin dabei haben schon ein paar stunden gemacht können los es kennt wohl noch nicht nur ich glaube nicht aber nicht kämpfen so das ding bestimmt ab möglich sein obwohl die tür ist offen war ab 8 kegel da los liegst der gleich richtig vor ach so übrigens hat sich hoffe dir jetzt gut wieso nachdem noch die migraten wie gesagt ich denke immer noch das war vergiftet alter sind die viele also hier sind zwei 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 also sagen wir mal hier sind sechs insgesamt also gehen wir auf das 1er team erstmal also auf 1er team auf die auf die 1 dann sind die ja doch an uns vorbei gerannt ja die waren da das ist sogar gedacht die sind doch nicht da die haben doch nicht in der zeit geduht die sind doch rüber gelaufen über die straße deswegen habe ich sie ja gesehen ihr habt doch geht gut war lecker schön wenn wir morgen auch wieder grünen obwohl wir haben noch so viel reis also ja wir haben echt viel reis noch also wer hunger hat kann gerne vorbeikommen hinten bei dem weißen haus da waren sie auf jeden fall soll ich mal mobilen benutzen ja das so asia reis und so weißt du mit ganz viel mühse züge und so das macht alleine ja schon seitdem hast du schon nichts kennt ne halt ne so ich hab gesagt ja mach ja ich mach es jetzt ist zu spät jetzt ist er angefangen die rennen weiter ich glaube die waren nur looten hier ist der nächste ok also da sind sie bei den roten häusern jetzt wo wir die ja vorher ok alles klar ja gut dann gehen wir da hin und derzeit werden sich da oben ja ein bisschen ausgedünnt haben hoffentlich weil ich hab nur noch 150 schuss hier in meiner adr das reicht noch für vier leute ja die sind jetzt schon wieder hier die frage ob sie jetzt natürlich rausgehen ja ich sehe sie da hinten ähm da die wollen wirklich abhauen ok ich kann die wien wiese ich kann die wien wiese schneller wird also hier ist er auch ganz von hinten kommen die sind jetzt für mich laufen ein bisschen leise zu spät ich höre dich jetzt schon die sind hier da oben ist er Ich hab mehr sehen, weil glaubt der mich auch? Ne, hat er nicht. Ich bin down, ach scheiße. Was? Echt? Ich hab mich wahrscheinlich gleich einen Koppi drauf gemacht. Ah, da kann ich was zu trinken holen. Super. Ich hab's aber wieder. Tut mir voll leid, Schmusi. Ah, toll. Ah, ja, dann nehm ich doch lieber deine SVU. Hm. Oh, der hat ne Panzerplatte gehabt. Haha, ey. Ist doof. Ich hab die eingesetzt. Schmusi, du musst dich beeilen. Du musst mir sagen, wo du gestorben bist. Ah, ich kapp dich. Liegst am Zaun. Äh. Was dir sagt, die Munition ist wertvoll? Dann nehm ich noch ein bisschen Munition mit. Dann hol ich dich wieder ab. Ah. Boah. Erschreckt mich doch nicht so, ey. Okay. Tada, tada. Yippia, yay, and yippia, yo. So. Ah, bist du rausgegangen? Hast du bei dir gekriegt? Ja. Oh, das hat sie von mir. Mhm. Mhm. Du kleine Angeber. Was willst du machen? Hm, da machst du ja nichts. Da machst du nix? Nö. Ja. Wenn ich zeig in Kehl gehabt.